Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute möchte ich mit euch die Franzbrötchen backen. Wir haben sie das letzte Mal in Hamburg gegessen und sie haben uns sehr gut geschmeckt und leider gibt es die bei uns nicht zu kaufen. Deswegen backe ich sie heute selbst. Für die Franzbrötchen brauchen wir für den Teig 20 Gramm Hefe, das ist ein halber Würfel, 250 Gramm Milch, 75 Gramm Zucker, 600 Gramm Mehl, das 405er, 10 Gramm Salz, 75 Gramm Butter, 30 Gramm Wasser und ein Ei zu bestreichen. Und für die Füllung brauchen wir 100 Gramm Zucker und 15 Gramm Zimt, je nach Geschmack mehr oder weniger. Als erstes geben wir den Zucker, die Hefe und die Milch in den Thermomix und wärmen das ganze drei Minuten auf 37 Grad Stufe 2. So, jetzt ist die Hilfe aufgelöst. Jetzt kommen alle anderen Zutaten außer das Ei dazu. Also ich gebe jetzt das Mehl dazu. die Butter, das Wasser und das Salz. Und dann wird das ganze fünf Minuten auf der Teigstufe schön durchgeknetet. So, damit ist der Thermomix jetzt fertig. Ach ja, jetzt soll der an einem warmen Ort 30 Minuten zugedeckt gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Teig ist jetzt zweimal 30 Minuten gegangen. Nach den ersten 30 Minuten habe ich hier nochmal kurz durchgeknetet und habe ihn nochmal 30 Minuten gehen lassen. Und jetzt gebe ich ihn hier auf die Backmatte. Den habe ich ein bisschen mit Mehl ausgestreut. Und jetzt soll das zu einem Rechteck 40 mal 80 ausgerollt werden. So, den Teig habe ich jetzt soweit ausgerollt. Und jetzt wird der mit dieser Zucker, Zimt und Buttermischung eingestrichen. Da habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass für die Füllung noch 80 Gramm geschmolzene Butter gebraucht wird. Das habe ich hier mit nachgeholt. Jetzt streiche ich das quasi schön gleichmäßig ein. So, die Butter-Zucker-Zimt-Mischung habe ich jetzt drauf verteilt und jetzt soll das von der langen Seite her eingerollt werden. Unter Druck. So, die Rolle habe ich jetzt aufgerollt. Jetzt schneide ich so 3 bis 4 cm breite Stücke ab. Und drücke mit dem Holzlöffel in der Mitte fest runter, sodass diese Form entsteht. Und dann noch eine. Und dann geben wir die auf ein Backblech. Oder Zaubersteigen. So, jetzt bepinsel ich die Brötchen noch mit Ei. Den Backofen habe ich auf Ober- und Unterhitze 175 Grad vorgeheizt. Und da gehen die Franzbrötchen jetzt rein. Und so circa 15 Minuten sind sie dann fertig gebacken. Da müsst ihr gucken, je nachdem, wie schnell euer Backofen ist. Ja, die Backzeit ist rum. So sehen unsere Franzbrötchen jetzt aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. und wir sehen uns auf den Nämen. Also gehen wir auf. Liebe euch. Und wir gehenIGH. Vielen Dank.